Steigende Anforderungen und Geschwindigkeiten, vor allem durch neue Kommunikationstechnologien, verändern den Berufsalltag. Der Druck auf B2B-Entscheider nimmt erheblich zu. Die neue Studie B2B-Wertewelten des Deutschen Fachverlags hat untersucht, wie sich dies auf das Informationsverhalten von B2B-Entscheidern auswirkt. Wie gehen Entscheider mit wachsendem Druck wirklich um? Und wie nutzen sie die unterschiedlichen Medienkanäle? Der Deutsche Fachverlag beauftragte Prof. Dr. Peter Kruse und sein Team vom Bremer Beratungs- und Marktforschungsunternehmen NextPractice mit dem Projekt. Denn das dort entwickelte Interview- und Analyse-Tool NextExpertizer passte genau zu den ambitionierten Untersuchungszielen. Dessen besondere Methode verbindet die hohe Aussagekraft qualitativer Interviews mit der Vergleichbarkeit quantitativer Fragebögen. NextExpertizer deckt die intuitiven Bewertungsmuster von Befragungsgruppen auf. So konnten auch die unbewussten Faktoren, die das Informationsverhalten der Entscheider beeinflussen, berücksichtigt werden. Wie gehen B2B-Entscheider mit dem wachsenden Druck im Berufsalltag um? Zunächst besteht der starke Wunsch, die Komplexität zu reduzieren. Informationen spielen dabei eine wichtige Rolle. Was macht Fachmedien für Entscheider, die ja oft unter großem Druck stehen, so wertvoll? Die Fachmedien sind für Entscheider generell ein wertvolles Werkzeug zur Reduktion von Komplexität. Und das gilt eben ganz besonders, wenn die Entscheider unter Druck stehen, dann suchen sie diese Unterstützung. Spannend ist die Informationsrichtung bzw. wer die Informationsaufnahme initiiert. Verlassen sich B2B-Entscheider bei diesem Prozess auf andere oder nehmen sie die Komplexitätsreduktion lieber selbst in die Hand? Die DFV-Studie weist nach, dass bei der Informationsaufnahme zur Komplexitätsreduktion die B2B-Entscheider lieber selbst aktiv werden wollen. Dieser Trend wurde in diversen Next-Practice-Studien auch für andere Branchen beobachtet und kristallisiert sich als gesellschaftlicher Megatrend heraus. Gilt das nur für Fachmedien oder ist das ein gesellschaftlicher Trend? Im Moment sieht es so aus, als ob die ganze Gesellschaft eine Art Fokusverschiebung vornimmt und zwar hin zu mehr Eigenaktivität. Und das liegt ein großes Stück weit daran, dass wir die technologischen Möglichkeiten haben. In dem Moment, wo Vernetzung so einfach ist, können wir uns dieser Beteiligung nicht mehr wirklich entziehen. Das heißt, wenn ich mir alle Daten angucke, die wir in den letzten Jahren erhoben haben, dann finde ich das als eine Art gesellschaftlichen Megatrend. Da können Sie im Bereich Gesundheit gucken, da können Sie im Bereich Finanzwesen schauen. Die Menschen haben ein starkes Bedürfnis, sich zu beteiligen und sie haben die Möglichkeit dazu. Was heißt das für die Fachmediennutzung? Fachmedien haben als primäre berufliche Informationsquelle schon immer eine Schlüsselrolle. Im nachgewiesenen Megatrend, bei dem die Informationsnachfrager die Komplexitätsreduktion immer mehr selbst vornehmen wollen, wächst die Bedeutung der Fachmedien. Sie stehen als unabhängige Informationsquellen zwischen Anbieter und dem B2B-Entscheider als Informationsnachfrager. Sie stärken das Know-how der Entscheider und wirken damit als Druckventile im Arbeitsalltag. Wachsende Anforderungen im Berufsalltag bedeuten auch neue Anforderungen an Fachmedien. Wie bewerten B2B-Entscheider die Zukunft dieser Mediengattung? Die Studie zeigt eindeutig, dass diese den Fachmedien auch für die Zukunft ein sehr hohes Potenzial bescheinigen. Lässt die Studie Aussagen über die Marktstellung der Titel des Deutschen Fachverlags zu? In unserer Studie hat sich gezeigt, dass die Angebote des Deutschen Fachverlags eigentlich durchgängig über dem Wettbewerb gesehen werden. Man kann also durchaus sagen, dass die Angebote des Deutschen Fachverlags so etwas wie ein Benchmark im Markt sind. Die Rolle von Fachmedien in Zeiten stets wachsender Anforderungen wollte der Deutsche Fachverlag noch genauer analysieren. Zunächst wurden verschiedene Informationstypen von B2B-Entscheidern identifiziert, die jeweils unterschiedliche Ansprüche an Fachmedien stellen. Dabei kristallisieren sich zwei große Aufgaben der Fachmedien heraus. Die eine, Fachmedien sind für B2B-Entscheider Relevanzfilter. Das heißt, sie helfen den Entscheidern, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Dazu kommt eine zweite Aufgabe der Fachmedien, die stark an Bedeutung gewinnt. B2B-Entscheider wollen nicht nur relevante Informationen, sondern haben immer mehr den Wunsch nach direktem Austausch. Es geht darum, das eigene Know-how durch Interaktion mit anderen aufzubauen. Dies kann beispielsweise entweder kollektiv über soziale Netzwerke im Internet oder persönlich über den direkten Kontakt auf Branchenkongressen erfolgen. Diese, wenn man so will, Organisation von Interaktion und Austausch, wird immer häufiger von den B2B-Entscheidern nachgefragt und deutlich als Aufgabe der Fachmedien wahrgenommen. Fachmedien sind damit neben Relevanzfilter auch Interaktionsverstärker. Ändert sich die Rolle der Fachmedien vor diesem Hintergrund? Den Fachmedien kommt vor diesem Hintergrund eine ganz besondere Bedeutung zu. Zum einen liefern sie Informationen, das haben sie schon immer getan und das werden sie weiter tun. Und zum anderen bieten sie den Leuten auch eine Plattform für Interaktion. Das heißt, das, was die Fachmedien können und leisten, ist das Unternehmertum der Menschen zu stärken, ihre Eigenaktivität zu stärken und sie damit in die Zukunft zu begleiten. Wie sich die veränderten Anforderungen auf die Bewertung von Fachwerbung auswirken, wurde auch in der Studie analysiert. Die Auswertung ergab, dass Werbung in den Fachmedien weiterhin eine wichtige Informationsquelle von B2B-Entscheidern bleibt. Je nach Informationstyp des Entscheiders kann der optimale Kommunikationsmix über die Fachmedienkanäle justiert werden. Die Studie B2B-Wertewelten analysiert ganz neu anhand der tiefliegenden unbewussten Entscheidungsfaktoren von B2B-Entscheidern die Bedeutung von Fachmedien im veränderten Berufsalltag. Sie sind Relevanzfilter und zunehmend Interaktionsverstärker. Die Studie liefert damit wichtige Informationen für Unternehmen und Agenturen, die B2B-Entscheider gezielt erreichen möchten. Hier konnte nur eine Auswahl der spannenden Ergebnisse präsentiert werden. Gerne stellen Ihnen die Kundenberater des Deutschen Fachverlags die komplette Studie vor. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem DFV-Berater auf. Informationen zu allen Medien und Ansprechpartnern des Deutschen Fachverlags finden Sie unter www.dfv.de